Wisst ihr, was ich festgestellt habe? Es ist verdammt nochmal kalt geworden. Ich so ganz gechillt mit T-Shirt und kurze Hose rausgegangen, so dachte mir nichts bei, weil es ja gestern noch warm war, so gefühlt. Und auf einmal, boom, richtig kalt, hat mir fast den Arsch abgefroren. Kam ziemlich plötzlich dieses Jahr, oder? Die Kälte. Naja, wie auch immer. Was geht ab, Fitnessfreunde? Und ich habe hier ein Päckchen von meinem lieben Sponsor Fitmart. Also ich muss mich ganz herzlich bedanken. Richtig geil. Und heute nur ein kurzes Video. Ich werde einfach mal schauen, was da drin ist. Kurzes Unboxing. Und das Video ist sehr aktuell. Heute ist Montag, 19 Uhr, halb 8 schon. Und ich habe noch zwei Videos von Berlin mit Johannes. Also die werde ich auch noch online bringen. Und dann kommen halt wieder so aktuelle Videos fast wie heute, fast live. Apropos live. Wenn ihr mich wirklich fast live sehen wollt, dann schaut bei Snapchat vorbei. Dort heißt sich Fitness-Oskar natürlich. Und auch wenn ich nicht jeden Tag hier Videos drehe, bei Snapchat bin ich eigentlich so gut wie jeden Tag aktiv. Das kann vielleicht auch länger dauern, als ich wollte das in 5 Minuten Video machen. Na ja, so. So, Ultra Pure Kreatin von ISM. BCAA-Pulver mit Lemon-Icedie-Geschmack. Hier habe ich Design-Away-Protein. Und der Geschmack steht immer hier hinten. Peach ist das. Also Pfirsich-Geschmack. Auch mal ein fruchtiger. Ich bin ja eigentlich der schokoladige Typ, wie ihr wisst. Aber fruchtig wollte ich auch mal ausprobieren. Ich habe schon so viel von diesen Dingern. Ich muss die echt mal verlosen. Schreibt mal, ob ihr Bock habt auf ein Gewinnspiel. Die letzten Gewinnspiele auf Instagram sind richtig gut angekommen. Ja, über 500 Leute haben mitgemacht. Und ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine gute Sache, so Gewinnspiele. Vanille-Ice-Cream. Vanille-Eis-Geschmack. Ja, noch mal hier. Ein Protein-Pulver. Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ein Shaker. Geil. Danke für den Shaker. Haben sie mir einfach so zusätzlich beigelegt. Und dann sind hier auch kleine Pakete drin. Ähm. Werde ich einfach mal schauen. Ach so. Ah. Das ist geil, weil ich wollte es schon immer ausprobieren. Ich freue mich so unnormal. Und ich finde es richtig geil, das Fitmark, das jetzt endlich hat, die Protein-Chips von Quest. Da freue ich mich so derbe drauf. Ich glaube, ich werde auch gleich einen Geschmackstest machen. Alter, das sind so die bekanntesten Protein-Chips. Vor allem bei den amerikanischen YouTubern. Die drehen immer durch. Hier scheint noch irgendwas drin zu sein. Wie haben wir hier? Was sagst du? Ich weiß gar nicht mehr, was ich bestelle. Aber ach so, die Handgelenkschoner, wie ich finde, die besten Handgelenkschoner, die sind lang, breit, extra, fest. Also die empfehle ich, gibt es bei Fitmart. Heißen chic Blackline Wrist Wraps. Die besten, also ich hatte die von Malprotein. Ich hatte früher auch noch andere. Viele ausprobiert, aber die halten, also ich habe die für einen Kollegen, weil meine halten immer noch schon seit, ja, seit wann bin ich bei Fitmart? Seit halben Jahr fast schon, oder? Ja, schon recht lange. So, Zink und nochmal Zink. Nicht schlecht. Ich wusste gar nicht, dass es von ESN auch Zink gibt. Jetzt gibt es den anscheinend auch, also haben die mir auch beigelegt. So, dann haben wir hier noch irgendwelche Proben und so und Bänder und alles. Okay. Das sind anscheinend wieder Protein Chips, glaube ich, weil es so leicht ist. Also ich habe mir 20 oder 30 Typen oder so bestellt. So, das war die erste Etage von dem Paket, das ist ziemlich groß, ja. Hier kommt die zweite Etage und das brauche ich eigentlich gar nicht auspacken, weil das kann man direkt sehen. Haha, ich bin im siebten Himmel, ey. Geil, richtig geil, richtig geil. Ich bin ja so ein Chips-Typ, naja, so Chips kann ich rund um die Uhr essen. Und jetzt haben sie mir endlich meinen Traum erfüllt, ja. Jetzt kann ich mit gutem Gewissen Chips essen, ja. Das gute Gewissen kommt daher, weil man weiß, ah, okay, da ist Protein drin. Da müssen sie gut sein. Und ich bin ja sowieso so ein Quest Bar Fan und finde die Firma geil. Und insofern, insofern freue ich mich schon drauf, die auszuprobieren. Im nächsten Vlog gibt es dann den Geschmackstest. Ich komme nochmal nach vorne, beende das Video, danke fürs Zuschauen. Alle Produkte gibt es bei Fitmart. Ich werde jetzt eine Infokarte einblenden, entweder da oder da, ich weiß nicht, wie das Spiegel verkehrt und wie es mit der Kamera ist. Mit dieser Infokarte kommt ihr auf meine Seite, da könnt ihr immer die besten Rabattcodes abstauen. Aber momentan gibt es 15% Rabatt auf alle ESM Produkte. Und danke für die Unterstützung, wenn ihr über meinen Link bestellt. Das müsst ihr nicht, aber ihr könnt das gerne machen. Also da bin ich euch sehr dankbar, keine Frage. Ja, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich alle im nächsten Video. Ja, und ansonsten sehen wir uns hoffentlich.